Was ist für Sie besonderer Luxus? Auch neben einem Auto, so einem Blechkanister, könnte man jetzt gemein sagen, darf man eben wenig hören. Luxus ist für mich, glaube ich, Freizeit und Schlaf. Das ist Luxus. Eine Frage muss sich wie immer loswerden. Sie strahlen wieder mit Sebastian um die Wette. Gibt es denn inzwischen irgendwelche tollen Planungen für die Zukunft? Außer, dass wir Anfang des Jahres umziehen oder Ende des Jahres mal schauen, wie wir es schaffen, noch nichts. Hört sich das doof an, wenn ich jetzt sage, vielleicht in ein Hochzeitsnest? Nein, nein, nein. Also noch keine Pläne in der Richtung. Ist er jemand, der Sie überraschen würde, tritt auf einmal auf Sie zu, die Rose in die Hand und Sie sind ganz perplex? Ist er so jemand? Ja, er ist schon sehr romantisch. Also ja, wäre jemand, der einen überrascht, ja. Würden Sie Überraschung vorausgesetzt konsterniert sein oder sagen, wow? Ich mag Überraschung. Ich bin dann auch überrascht. Jetzt grüße ich mal rein. Dankeschön. Tschüss.